Werner, was sagst du? Er schwitzt schon mal gut, ne? Und technisch, wie schaut's aus? Es geht voran, ne? Es geht voran, auf jeden Fall, ne? Denkst du, das reicht für einen Griechen? Nee, jetzt momentan allemal nicht. Da muss ich noch die Schippe drauflegen. Nicht nur eines, sondern zwei, drei. Sagen vielleicht.